Fosetti Saxophonquartett Hallo, wir sind das Fosetti Saxophonquartett. Wir sind in unserem Proberaum in Köln-Deckstein und wir proben gerade Johann Sebastian Bachs französische Suite Nr. 1. Wir spielen klassische Kammermusik. Hier im Fall 6 entstehen unsere aktuellen Konzertprogramme. Eins davon ist Seitenwind, wo wir mit der griechischen Pianistin Agape Tranta Philidi zusammen auf der Bühne stehen. Musik 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 Es ist eine Freude in Originalkompositionen, die Seitenklänge des Klaviers mit den Windtönen der Holzbläser verschmelzen zu lassen. Und Originalkompositionen des klassischen Klavierquintetts in ein neues Gewand zu hüllen. 2012 haben wir für ein wichtiges Konzert im WDR zum ersten Mal zusammengearbeitet. Und wir haben uns sofort freundschaftlich und musikalisch verbunden gefühlt. Um den Saxophonklang zu beschreiben, ist man ganz schnell bei der menschlichen Stimme. Deshalb ist es sehr reizvoll, diese beiden Klänge miteinander zu vereinen. Diese Idee haben wir mit der italienischen Sängerin Carola Pavone umgesetzt und gestalten gemeinsam ein Konzert unter dem Motto Abendrot. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Kammermusik ist für uns Sänger sowieso immer etwas Besonderes und im Zusammenhang mit den Saxophonisten ergeben sich ganz neue Erlebnisse, was die Kommunikation betrifft, da man auf der gemeinsamen Basis des Atmens musiziert und das ist, denke ich, sowohl für uns als auch für den Zuhörer ein besonders schönes Erlebnis. ZDF, 2020 Da wir ein internationales Ensemble sind, hat die Mehrsprachigkeit für uns eine Bedeutung. Dies mit theatralischen Elementen kombiniert, hat uns mit unserem Programm Europhonie zu völlig anderer Musik gebracht, die ihren ganz eigenen Humor hat. Ja, der gelbe, dann der selbe, dann der schwarze mit der warte. Aus dem Schwarze mit der warte. Aus dem Wind. Und die Kasse.